Servus Freunde, mein Name ist Vega, das ist der wundervolle Timo Krämer und wir wollen euch zu unserer Masterclass einladen in unserem Studio in Offenbach am 29.03. Wir werden alles zeigen, vom Anfang bis zum Ende. Vom Anfang, wie wir zu Hause sitzen im Wohnzimmer und keine Idee haben, was wir machen sollen, bis zum Ende, wo Geld aufs Konto kommt. Alle Schritte dazwischen. Wie fällt einem dann doch was ein? Der ganze kreative Teil, das Producing Arrangement, der technische Teil, Aufnahme, Mixdown, Mastering werden wir zeigen und dann natürlich das ganze Business. Wie funktioniert es für einen Rapper, wie funktioniert es für einen Produzenten, wie läuft das ab, wenn man das beruflich macht, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Probleme. Und ja, wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns Ende März in Offenbach im Studio. Bis dahin. Ciao. Nora 1 Herst Es ist Winter in Frankfurt